Was ist das, wie du es an Bordernagsschiffen hast? Na ja. Aber ich wollte gerade sagen, na ja, später ist ja später. Aber später kommt immer schneller näher. Später wird immer schneller jetzt. Ich erinnere mich hier, wenn ich das sagen darf, an mein Bruders Reaktion, als ich sagte, dass es kann sein, dass wir das Jahr 2000 überhaupt nicht erleben werden. Und dann ist es der 2. Januar 2000 und da ruft er mich an und sagt, na siehst du, da hast du einen Fehler gemacht. Dann habe ich geantwortet, ja, ich hatte Pech.